So, ich sollte mal wieder Crash spielen. Hab das letzte Mal Crash 3 vor 8 Jahren oder so gespielt und da 1,2 vor 20 oder so. Ja, macht auf jeden Fall Bock. Also ich würd's dir empfehlen. So, next barbroom. Moment, wo brauchte man denn den lilanen Edelstein? Oder brauchte man nur hier oben? Bei dem einen Level, wo man alle Edelsteine braucht? Ich glaub schon, ne? So, Pissnit away. Wir haben immer von links nach rechts gemacht, dass man... Entschuldigung. Was hast du für ein Problem, Beuteldachs? Ich bitte dich nicht noch einmal, mir die Kristalle zu bringen. Ohne die letzten 5 Kristalle Crash und bring sie mir! Ich weiß nicht, ob man's gehört hat, aber es war ein Krankenwagen. Magst du zuerst die Jetpack Level machen? Ich wollte eigentlich zuerst hier Night Flight machen. Aber wir haben sonst in den anderen Leveln, also in den anderen Warprooms, haben wir auch immer von links nach rechts gemacht und das würde ich jetzt gerne am Ende auch noch machen. Sonst bin ich sehr unbefriedigt. Deswegen, tut es mir leid, wir machen zuerst Pissnit away. Aber ich mache jetzt mal das Bier auf, was wir zugeschickt bekommen haben. Und zwar ist das ein Rothauspilz-Tannenzäpfle vom Hochschwarzwald. Badische Stadtbrauerei Rothaus AG. Hatten wir zu Weihnachten bekommen von der Saisa Soleng, die Sarah. Ja, und es ist noch haltbar. Jetzt sagt nicht, Bier kann nicht verfallen. Ich habe Sachen gesehen. Bier kann verfallen. So. Bin ich mal gespannt. Nicht auf jeden Fall wie ein Pilz. Das ist weg. Das gefällt mir. Ich bin keine Bierkennerin. Ich kann nicht sagen, wonach es schmeckt. Ich kann nur sagen, es ist nicht extrem herb. Und das ist schön. So. Oh, ich freue mich schon auf die Zeit hier. Der Wahnsinn. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Oh. Oh. Nein. Nein nein nein. Nein 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 nein. Nein nein nein. Wenn ihr einen Toten None hat die Tradition. Ja. Da nicht Flightradivo origin. Wieso lange es nach Bier schmeckt? Der erste Checkpoint. Der erste Checkpoint. Moment ist das nicht... Nee, das ist das nicht, wo man zurücklaufen muss, ne? Das ist... Weiß das nicht. Ich bin trotzdem mal vorsichtig hier. So, Edelstein schon mal in der Tash. Ah, Totenkopfplatte. Müssen wir die jetzt machen? Nee, erst einmal draufgehen. Erstmal wieder AFK, muss noch ein bisschen was einkaufen. Mach das! Ich hoffe, du kriegst da alles. Einmal draufgehen und dann sterben. Ich hoffe, das ist dasselbe, wo wir das machen müssen. Stay safe. Ja, genau. Jetzt ist die nämlich noch da und wir können dann hinten laufen. Den da unten müssen wir behalten. Um aufzunehmen, da sicher zu gehen. Ich hoffe, das war das Level. Ich will das jetzt nicht alles umsonst hier machen. not aufzunehmen, dass ich das nicht richtig verraten kann. Kann ich mit leben. War heute auch einkaufen, war random mit dem Typ im Joker Cosplay drin, aber nicht so von wegen vom Geschäft angeheuert, sondern so einkaufen, auch nicht schlecht. So, jetzt hoffe ich mal nur, dass wir da drüber kommen. Lockerlässig, aber. Und nochmal. Jetzt haben wir keinen Akku. Mhm. 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 Ich mag das Level nicht. Oh, man! Zum Glück ist es ein Bonus-Level. Ich hab in Ewigkeiten kein Bier mehr getrunken, ne? Ich glaub, das letzte Mal, dass ich was getrunken hab, das war mal mein Eljon. Natürlich geht die kaputt. Na, wir können's ja trotzdem mal ausprobieren, vielleicht geht's ja. Nee. Ähm. Genau, mein Vater hatte Gin geholt und O-Saft. War so Hacke. War schlimm. War auch lecker. Ach komm, nur weil dieser hochgehüpft ist. Wobei das aber auch Pech. Ich hab das Gefühl, das wird hier heut nix. Muss jetzt schon Pipi. Das tut mir leid. Ich glaub, wir hören hier auf. Ja, er ist sehr gut. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Also jetzt tatsächlich, weil ich die ganz gerne mag. Hm, da war ich ein bisschen... Oh, Greenscreen kommt zum Vorschein. Ein bisschen voreilig. Naja. Ich find das nachher etwas... Jo, habt ihr gesehen, wie hoch die gesprungen ist? Was? Wie ist das denn, wenn ich von dem... von dem Ding da drüber springe? Ist zu weit, ne? Das ist zu weit. Dit ist zu weit. Ach, Mann. Wann. 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 Das war's. Okay. Ich bin so aufgeregt. Ich hasse es, wenn zwei Kisten aufeinander stehen. Mann. Das ist so unfair.